Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG lädt am 26. September zum Tag der offenen Tür. Vorbeikommen lohnt sich, denn es gibt nicht nur den aufwendigen Neubau am Pfaffenteich zu besichtigen, sondern auch exklusive Autogramme der SSC-Spielerinnen, viele Mitmachaktionen, eine Tombola und noch viel mehr. Der SWG-Hauptsitz in der Arsenalstraße 12 wird von 14 bis 18 Uhr für kleine und große Besucher geöffnet sein.